Hallelu! Willkommen zurück zu einem neuen Part von THE STANDLY PART ABOUT ULTRA DELUXE 2 SPECIAL EDITION WHATEVER MATE! Mein Name ist Kopi Purse und wie immer ist es ein honor und pleasure, dies für euch zu filmen. Im letzten Part haben wir eine chockierende Wahrheit erfahren über den Ursprung der Eimer. Wir sind lustigerweise schon kurz davor, wir brauchen nur noch eine Statue. Der narrator pocht ja darauf, dass es keine weitere Bedeutung hat und dass sich nichts verändern wird und wir es einfach nur aus Spaß sammeln. Mit diesen Figuren, während die Figuren-Sammler-Vereinigung auf jeden Fall sagt, da ist etwas im Busch zu 100%. Wir werden es herausfinden, nur noch eine Figur erwartet uns. Deswegen bin ich sehr gespannt, was passieren wird. Wir müssen mal kurz, da wurde mir geschrieben. Warten Sie, warten Sie, warten Sie. Saku-Sie. Gut. Saki-Saki. Sehr schön. Wir haben noch etwas gecheckt. Jetzt können wir direkt loslegen. Alle seine co-hörigen werden weggegangen. Was könnte das nicht? Stanley hat sich nicht gewohnt, um die Investitionen zum Gespräch zu gehen. Stanley hat er die Presion protection genommen und schaubt. Er hätte nie wieder sein geschenkt. Nicht mit dem 어머ern, oder mit dem 어머ern. Stanley plopptet der 어머ern und reingekommen. Derемся nicht in die Form einen gewinten Wegschauß. Aber Stanley hat den eigenen eigenen Weg vorgestellt. Das war einfach der Wohnung. Die Rundeplan habe ich ja einfach mal dann selber entschieden, weil das ja neu war. Also, wir haben jetzt so mehrere Möglichkeiten. Ich glaube, sich in den Tod zu stürzen... Ich glaube nicht, dass ich das mit dem... Weißt du was, stürzen soll man immer in den Tod? Und ja, machen wir einfach mal. Mal schauen, ob es mit einem mal irgendwie anders ist. Aber Stanley fehrte, dass jeder Weg, den er fuhr, könnte sich zu der Separation von sich und dem Buckett, seinem liebsten Freund. So hat er sich zu seiner Tod, dass sie in einem anderen Arme sterben könnten. Das ist dramatisch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, das hat definitiv etwas verändert. Um... Um... Wir können... ...unterspringen... ...oder wir können zurück... ...die es im Originalspiel gibt. Und wir müssen sie jetzt nur noch... ...alles nochmal rekonstruieren... ...und uns dann freuen, was das Spiel für uns bereit hat. Deswegen... ...machen wir jetzt erstmal mit diesem, wo man sich zurückzieht. Weil ich glaube, die anderen... ...und das dauert ein bisschen länger. Wir arbeiten das aber mal kurz ab. Ähm... Oh, well, look who's got cold feet. Well, from here... ...it looks like the only way forward is down. Since the lift won't be coming back. But that's okay. You've got a bucket. Did you know that buckets are routinely used as cushioning devices? It's true. You can fall on a bucket from literally any height and survive. Ist klar, Junge. Ist klar. Ähm... I'm serious, Stanley. Jump. Jump with the bucket. I promise you'll live. I extra double promise, that you can land on the bucket and not die. Aha. Ja. Nein. Nein, definitiv nicht. Also außer dieser Bucket hat... ...was ganz spezielles irgendwie... ...extra Federungen drin und sonst was. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das in unseren brutalen Tod endet. Aber... Komm. Wir haben wieder keine Wahl. Wir tun's einfach. Mal schauen. Vielleicht... Vielleicht werden wir jetzt richtig hart getroled. Und vielleicht hat der Bucket wirklich diese Fähigkeiten uns zu retten. Und dann erleben wir ein cooles neues Ende hier im... ...ähm... ...in diesem... ...loading dog area... ...ding. Ähm... Der Rest der Junge. So. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply Mr. Memo missed. Uh. Andere Richtung? Alter, mein Kopf ist grad ein bisschen... Ich krieg dir Kopfschmerzen. Das ist grad... Das ist grad super garantiert. Das ist grad super garantiert. Und hier war es. Hat die Bucket geschehen? Hat die Bucket geschehen? War das besser als die Meeting Room? Ja, Stanley dachte sich selbst. Ja, vielleicht war es wirklich. Nein. 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 Nein, danke. Du musst zurück zur Meeting Room. So. Da schlägt uns da aber gar nichts. Sagt der Bucket. Geh nicht zur Meeting Room. Geh irgendwo anders. Der Cargo Lift. Ja. Geh da. Geh zum Cargo Lift. Oh Gott. Ich hab mir gerade selber die Münze so halb ins Gesicht geschmissen. So. Kopf. Das heißt, wir springen ab. Dann bin ich ja mal gespannt, was uns diesmal erwartet. Vorher war es ja erstmal... Gut. Sagt der Bucket. Gute Frage. Gut. Gute Frage. Na ja, gute Frage. Ja. Mhm. Mhm. Haha. Mhm. Hier geht er nicht sofort drauf. Weil so gesehen, genau da war das so. Stimmt, hier kommen wir zu den roten und blauen Tünen. Vielleicht finden wir da mal die letzte Figur. Danger everywhere. So. Aha. Was? Really? Was? 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 Ich bin hier für einen Moment. Ist das eine Bucke? Was? Ich bin hier mit der Show. Item 1. Ist das eine Bucke? Oh, wie das so mit dieser... ...Warte-Zeit-Musik. So, ich werfe an der Münze, ob wir falsch oder richtig beantworten. Der Kopf ist richtig, zahlt das falsch. Wir beantworten richtig, okay. Dann versuchen wir mal alles richtig zu beantworten. Das ist ein Bucke. Was? Du piece of fucking shit. Willst du mich verarschen, Junge? Aber das ist doch trotzdem ein Bucket, wenn es nachgebaut ist. Du bist einfach behindert. Du hast Probleme, mein Herr. Item 3. Ist das eine Bucke? Korrekt. Das ist eine Bucke. Meine Güte. Das für die Leute die ganze Zeit falsch sind. Item 4. Ist das eine Bucke? Hm. Schwierig. Ich... Die einen... Die einen beiden echt einfach. Aber ich meine... Sagen wir mal so. Es kann ja auch sein, dass es einen motorenbetriebene Eimer gibt. Und theoretisch... Man kann ja die Türen öffnen und da Wasser einfüllen. Also zählt das eigentlich auch als ein Eimer. Und die Frage ist echt schwierig. Ich... Ah... Nein... Ah... Ich sag mal nein. Hey... Nice. Ciao. Wir sehen uns. Das ist wie verarschend. Ist das ein Bucke? Incorrect. Das ist ein Bucke? Du willst mich auch irgendwie... Du willst mich... Item 6. Ist das ein Bucke? Trick question. Both. Gotcha. Du bist... Hier gibt's kein Bucke. Item... Wait, hold on. I can't find the next one. Let me see. Should be around here somewhere. Kann ich hier einfach mal runter? Ich kann hier nicht runter. Yes. Thank you. There's nothing here. Of course, it isn't a Bucke. We both know full well, nothing isn't a Bucke. Wait. When I say nothing isn't a Bucke. That makes it sound like I'm saying everything is a Bucke. Which of course is not true. Unless... Is that what you think? Answer me straight Stanley. Are you trying to tell me that you believe everything is a Bucke? What? I can't say to the Bucke. This is a good question. This is all a Bucke. Is all a Bucke? We have all a Bucke. We want crunching. We want a Bucke. We want a Cucke. We want a Bucke. We want a Bucke. We want a Bucke. We want a Bucke. Was? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein! Alles ist ein Bucket. Du bist kein Einmal lieber zufrieden. Das ist natürlich doof. Ja. Das ist natürlich doof. Stimmt, das heißt die... Ich habe schon ihren Namen vergessen. Die eine Dame da, die Makeflips zum Office gemacht hat, die ist auch ein Bucket. Das ist 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 ein Bucket. Ja, das ist alles Bucket. Das ist ein Bucket. Ich habe sie. Was hat das? Oh, das stimmt. Können wir auch den... A committed Bucket. A Bucket of Culture and Distinction. Okay. Herrschel, was kaut? Dann können wir nicht machen, weil die Tür sich ja direkt schließt. Können wir Heaven mit dem Bucket erreichen? Da können wir ja schon mal ein bisschen drügend daran arbeiten. Wird der Himmel anders mit dem Bucket? Oder gehen wir sogar in die Höhe? Irgendeine Subversion wird doch da sowieso kommen. Von daher... Gut. Da wir jetzt das eine Ending jetzt richtig gemacht haben, können wir mal hier eine Münze werfen. Ich fand das Quiz echt ziemlich lustig, muss ich sagen. So. Zack. Bum. Ich werbe einfach schon direkt eine Münze, ohne zu sagen, was Kopf ist alles. So. Kopf ist rechts, links. Zahl. Zack. Und zack. Kopf. Gut. Dann gehen wir rechts wieder. So. Kopf geradeaus. Zahl. Zahl. Nach links. Und es ist Kopf. Gut. Das heißt... Ja stimmt. Wir können dann noch uns entscheiden zwischen Telefon und Stecker rausziehen und nicht. Nein. So. 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 Und. Kann ich jetzt schon mal eine Münze werfen für... Gar nicht verdächtig. Geh mal in dieses dunkle Zimmer hier rein. Gar nicht verdächtig, aber let's go. Mal auf einmal gab ich Stanley einen Bucket, weil ich dachte, er sei schuldig und einen Freund zu nutzen konnte. Und dann, sehr schrecklich, fing er zu glauben, dass der Bucket mit ihm zu sprechen könnte. Ja gut, ne? Beide Endings sind ja ein bisschen davon abhängig, dass, äh, dass, äh, Stanley dem, ähm, in dem Falle dann einmal den Bucket gehorcht und da auf den Trick von, ähm, dem Rater reinfällt und der sagt, Stanley tut alles, was ich ihm sage. Seht ihr, der, der hat keinen eigenen, eigenen, eigenen Willen. Keinen eigenen, eigenen Willen. Toller Satz, ne? Okay. Haben wir schon eine Wohnung, muss ich sagen, das ist die ganze Zeit. Ist natürlich nicht so groß, aber, ne, kommt auf jeden Fall klar. Können wir hier irgendwie, ach, da ist der Bucket, oh. Hab ich schon komplett übersehen, oder war davor schon da? Bisschen rausgekommen, Bucket schaut gerade, Fernsehen, tolles Programm. Hallo Stanley, ich bin es, dein Eimer. Drücke O, um mich zu arbeiten und zu leben. The Stanley Parable Reassurance Bucket was merely meant to provide the comforting glow of companionship. It doesn't literally talk and give you orders. Whatever Stanley is hearing, the Bucket say to him, is just in his head. Hmm. Den Rater ist irgendwie schrutt, aber egal. Drücke V, um mich zurück nach Hause hinzunehmen. Okay. Lately, I've been concerned about him. Wouldn't you be concerned as well? To see him delusional like this, obsessing over an inanimate metal object? I want to say something to him, but I don't know how I can convince him. I don't know if he'll listen to me. Yeah, so it looks okay. I'll try anyway. Stanley, can you hear me? Listen to me. It's just a bucket. It can't think, it can't talk. All it will ever truly do for you is effectively transfer a liquid from one location to a different location. That's right. It doesn't do anything else. This is, uh, I... This is actually correct, or whatever. Hör nicht auf den lauten Mann. Drück Y so that they go back home. Okay. You see? He's not listening. He's still taking orders from the bucket. You know, once upon a time it was me he took orders from. Me he trusted and listened to. Now all he cares about is his awful bucket. This stupid hunk of metal. That's right. Is there anyone? Neidish. Hm? Stanley had a new Meister. Drücke M, um alle in deinem Leben außer mir zu ignorieren. Okay. It's sad. I suppose he doesn't need me anymore. From now on, he's just going to cling to this bucket. This cold empty bucket. This sort of shiny bucket. Hm. Well, I'll give it this. The bucket does have a nice shine to it. Hm. Hmm. Then we're getting creepier. Here. Here we have also built the windows. That means here's the stool. The stool is still extra. Yeah. Yeah. And then he's got his physical resonance, so we can't hear it. Hello. Do you hold me for real, or Stan? I'm going to drink again. Yes. I suppose on closer inspection, that it doesn't quite look like your average hardware store bucket. It's just a little more, um, what am I trying to say? Sturdier. More capable of transporting liquid. Like it would be better at moving an amount of water from one room to another. Okay. Oh my god, what am I saying? Better at carrying water from room to room. It's a bucket. It's literally just a bucket. Why do I feel some need to point out the ways in which it's so much more than just a regular bucket? Oh no, I'm, I'm having feelings for the bucket. No, 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 no. What's going on? Why do I want to be with the bucket? Hear what the bucket has to say. Do anything it asks. What's wrong with me? I don't understand. Perhaps, perhaps if I had the bucket, this would be less confusing. Yes. The bucket could tell me what to do in this troublesome situation. Stanley, give me the bucket. Give it to me. Give me the bucket Stanley. I need it. Give it to me now. Give it or I know. I'll go back to work, Stanley. Wieder auch ein Ending auf der relativ beunruhigenden Seite der Stanley Parable Historium. Um es mal so zu sagen. What the fuck? A narrator entwickelt Gefühle für den bucket, ey. Was? Okay. Überhaupt. Alleine, was ist hier los? Warum, warum, warum ist ein verdammter Eimer so auf einmal? Ich finde es interessant. Wir waren auch... Es war eigentlich alles normal. Wir waren auf dieser Expo. Wir haben viele verschiedene Dinge ausprobiert. Und ausgerechnet dieser Eimer, ausgerechnet von allen Dingen dieser Eimer ist das Ding, was wir für diese Expo in Stanley Parable 2 mitgenommen haben. Das ist das einzige. Es gibt nicht den Gym Button. Es gibt nicht den Button, der unseren Namen sagt. Es gibt keine dieser Sachen. Es gibt nicht das unendliche Loch. Es gibt nicht das Achievement. Es gibt diesen verdammten Packet und der beeinflusst alles. Ähm... Ich weiß auch nicht. Aber gut. Das reicht auf jeden Fall für diese Aufnahme. Wir sehen uns dann zum nächsten Part. Bis dann und ciao.